Hey Handball-Inspiratorin und Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball-Weltreise. Wir schauen Mikkel folgt und Skanderbock-Handball über die Schulter. Mikkel zeigt uns eine Passübung mit den drei wichtigen Regeln, zielgerichtet, variabel und spielnah. Dabei besetzt er alle Positionen außer den Kreisläufer und stellt zusätzlich drei offensive Abwehrspieler dagegen. Die Rückraubspieler müssen nun nach 1 gegen 1 Bewegungen in die Pässe spielen. Dabei können die Halbangreifer nach dem 1 gegen 1 nach außen eine Kreuzung mit dem Außenspieler spielen und somit den Fluss erhalten. Aber auch der Rückraummitte kann Abbruchbewegungen spielen. Achtet deshalb darauf, dass die Rückraumpositionen doppelt besetzt sind. Abonniere Handball-Inspiratorin und komm mit auf Handball-Weltreise. DDoble! Dicke machen somura an Oswaldre Freddie igen. Eller jeg kan trege herart i med politier – しか nigga mit alemhsem und nickierer und Nowadays play spe prevent, und dann zeigen die einfachwygementpe 뭐 dem in Skbilder ne pasen und so liquid flessen zu nutzen. Man mag gerne Federatur inde ich zur Runbewegungen & Bollaten. Ja, ja. Die Leute, die haben jetzt noch 2, wenn der 5 hoch. Das war's für heute. Die Körle, die Körle, die Körle! Wir sind wirklich gut. Wir haben hier auf Vennsberg und Peter und Elke. Wir sind hier oben in Tempo. Wir haben hier noch ein Freund, mit Friedrich und Teter. Wir haben hier noch ein bisschen mehr. Wir haben hier ein bisschen mehr Fysik. Begge Ender. Ja, wir haben hier noch mehr. Ein Ball! Ja, wir sind hier wieder. Wir sind hier wieder. Wir sind hier wieder. Komm jetzt! Komm jetzt! Wir sind hier wieder. Komm jetzt? Komm jetzt! Puh jubel! Jetzt würde eril Hit回去! Stämme In dès! Jetzt Putin! Zange Piranha! . 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 Ihr solltet, ob ihr in der Hörner oder im Gamm rund um. Ihr solltet, wenn ihr in der Stolpe mit dem. Ihr solltet, wenn ihr in der Flöge kommt. Ihr solltet, wenn ihr mit der anderen Arme kommt. Ihr solltet, wenn ihr in der Brüge kommt. Ihr solltet, wenn ihr auf die Kajler geht. Komm! Die Grüne Tour ist die Siste! so ja Echt? Echt? Ja, schnell. Vibreinizu. Vibreinizu! 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 Echt? 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.